Ist das nicht schön, so ein Sturm im Wald, dass es raus ist? Und das ist auch ein Arsch, weil die Kamera ist da angeflogen. Du musst doch etwas lauter sprechen, weil es so braust. Ist das nicht schön, so ein Sturm im Wald? Es sind auch schöne Föhnfische da, so wie ich das sehen kann, diese Wolken. Blechst hier um. Also hier auf dem Pass, da blechst der Wind wirklich in den Spitzen. Ich habe vorne echt absteigen müssen vom Rad. Das ist hier genau der Sattel. Da kommt es dann da hin und geht dann gerade hier rüber. Ach, ja, krass geht. Ach, was ich immer noch sage. Ich will mich auf den beiden zuhören. So, wie es jetzt geht. круst, was ich die Pizze mal zeigen? Ach, jetzt gerne.